Was ist die Geschichte von Immobilien? Also wir suchen Menschen, im wahrsten Sinne des Wortes Menschen, die bei uns beginnen als Quereinsteiger oder auch schon mit Erfahrung, die Freude daran haben an dem Thema Immobilien, aber, und jetzt kommen wir zum großen aber, und vor allem Freude haben, mit Menschen zu arbeiten. Denn unser Anliegen ist es wirklich, den Menschen zu begleiten. Hinter jeder Immobilie steckt ja Geschichte. Und diese Geschichte wird von Menschen gemacht und nicht von der Immobilie. Ich denke, dass es sehr viele Parallelen gibt zu meiner vorhergehenden Tätigkeit. Zum einen beschäftigt sich die NGO natürlich mit Menschen, mit Bedürfnissen, natürlich helfen zu wollen. Wir haben Kontakt gehabt mit Ämtern, Behörden, das gibt es bei REMAX ja auch. Und vor allem ist es der Mensch an sich, der natürlich mich anzieht. Und in einer anderen Form zwar jetzt, wie beim Rotten Kreuz, aber ich denke, das spiegelt sich da ganz gut wieder bei REMAX. Und wir suchen Menschen, die Freude haben, die Qualität haben, die auch die Bereitschaft haben, sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Wir suchen Menschen, die natürlich eine gemeinsame Wertebasis haben. Menschen, die Wert auf professionelle Dienstleistungen legen, die integre Arbeit leisten. Ich denke, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema, dass man Menschen im Netzwerk hat, auf die man vertrauen kann, auf die der Kunde vertrauen kann, weil Vertrauen definitiv das höchste Gut in der Immobilienvermittlung ist. Wir suchen Menschen, die eine ordentliche Biografie haben, die bereits im Leben etwas erreicht haben, die sich verändern wollen, die noch einen weiteren Karriereschritt draufsetzen wollen. Und graue Haare sind da kein Problem, sondern ein Riesenvorteil. Denn auch ein 25-Jähriger, der fachlich dieselbe Ausbildung absoluiert hat wie ein 55-Jähriger, wird bei einem 50-jährigen Wohnungskäufer weniger Vertrauen erwecken können als der 55-Jährige. So gesehen ist Alter in diesem Metier durchaus von Vorteil. Unabhängig jetzt von der Lebenserfahrung, die ein 55-Jähriger unbestritten mehr mitbringt als ein 25-Jähriger. Es ist natürlich eine große Verantwortung für uns als Makler, hier das Bewusstsein zu haben, worum es hier tatsächlich geht. Und so eine Entscheidung zu treffen, ist eine langfristige in aller Regel. Ganz egal, ob es um den Verkauf einer Immobilie oder um den Kauf einer neuen Immobilie geht. Also wer gerne mit Menschen kommuniziert, wer gerne unterwegs ist, wer lieber draußen im Feld als wie drinnen im Studio oder im Büro ist, der ist perfekt für dieses Business geeignet. Und mit rund 80 Prozent, also diese Zahl muss man sich einmal zergehen lassen auf der Zunge, 80 Prozent Quereinsteiger. Das ist ein ganz ein klares Statement an alle, die die Frage haben, kann ich das und kann ich das schaffen? Ja, sie können, wenn sie Vertrieb lieben, wenn sie Menschen lieben und wenn sie gerne Dinge umsetzen, die schon jemand anderer geprobt hat und die sich schon bewährt haben, dann sind sie als Makler im Remax-Netzwerk goldrichtig. Das ist eine große Verantwortung, Menschen bei der Entscheidung, bei einer Lebensentscheidung zu helfen. Zum anderen ist es natürlich eine riesige finanzielle Entscheidung manchmal, aber auch eine Ausrichtungsentscheidung. Und hier mithelfen zu können, also das ist so, und das positiv zum Abschluss zu bringen, sowohl für den Abgeber als auch für den Käufer, das ist irgendwo so dieser direkte oder manchmal auch indirekte Tank, den man dabei empfindet. Abgeber als auch für den Käufer, und untertitelt,